Irgendeiner ist hier auf jeden fall aber schon unter mir. Ja einer. Ich hab den Kobo hier gedreht. Ah perfekt. Einer geht direkt rechts neben mir rein. Oh ich hab ne AKM, nice. Nimm doch die Waffe! Nimm! Der war schon mal down. Warum hab ich nur ein Kill gekriegt? Ja der ist direkt. Die standen direkt hintereinander. Die waren direkt beide tot. So muss dat. Ist das noch rüber? Nö. Ich hab nur die AKM bis jetzt. Der hat noch nen zweier Rucksack hier. Hab ich schon. Hier ist ne M16. Hab schon eine, kannst du den nehmen. Okay. Ich hab nichts gehabt. Da schockt er alle weg. Ich hab leider weder Weste noch Helm. Ich hab alles. Oben. Oh der kommt und schüsse rein. Ganz hinten ist noch einer. An der Treppe. Okay. Oder? Irgendwo wäre noch ganz hinten einer gewesen, der auf ihn geschossen hat. Guck mal unten. Der hat ne Weste hier auf jeden Fall. Neiner. Achter, Scope. Let's go. Achter. Ja. Die Weste und die Elfschuss. Elfschussrevolver. Hier war noch irgendwo einer. Ich hab nur den Kill secured. Choke hier? Choke hab ich schon. Kann sein, dass er hier irgendeinen Raum drin erkennt, ne? Hm. Rasenbaracke scheint noch ungelootet. Ne, ist gelootet. Oh ja. Alle Türen offen. Westische Baracke. Das sind Shots. Boah. Wo sind denn die denn hier? Helbe. Hier ist gar nix. Ich find nix. Das ist ein Bullshit. Aussehen, äh, Fenster in die kann man nicht raus wollten, ne? Ich raus und nicht rein. Was kann ich denn hier durchschießen? Aule, Moinsinn. Ich hab gefailt. Fuck. Bist du auf dem Dach? Hinter mir ist einer. Oh. Oh. Schön von hinten. Warte nicht, komm. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Boah, mich hat so ein Rohr aufgehalten. Regenrinne. Irgendwo von 990 da dieses Garagending. Einen. Ich hab einen. Schön. Aber hier sind noch wer. Hinter mir kommt was? Der ist jetzt an unserem Gebäude dran. An der, an der, an der, an der, an der Garage. Ja, und einer ist hier dran oder drin? Eins von beiden bei uns. Drinne. Boah, dieses Rohr, ey. Ich hab nix, um mich schnell zu heilen. Ja, ich seh den. Tot. Der hat mit seinem Köpfchen schön rausgeguckt. Leider ist jetzt sein Helm weg. Ich hätte gerne sein Helm genommen. Der hat zwei, der hat Low HP an der Garage. Wirklich Low HP. Der hat, äh... Achso, ich hab's auf den anderen geschossen. Was ist noch einer? Oh. Der hinten am Zaun. Ist der in der Garage drin? Hat zwei Hits. Am Zaun. Garage müsste wieder full life sein. Hab ich ihn knockt? Die Garage oder... Garage, Garage. Meine Nate hat ihn genockt. Dauntot. Schön. Schön war sein Dreierhelm. Liebe ist hier oben, ne? Das ist so geil, die Pose. Keiner, keiner rechnet damit, dass du da oben drin hockst. Wie einfach da oben... Ja gut, ja. Weil man da eigentlich nicht so gut hinkommt, ne? Ja. Mega nice. Boah, ich glaub ich steig auf SKS um. Ich bräuchte nur den Griff von der SKS. Denn wer ist schon gerne allein? Oh, der hat noch einen Zweierhelm hier und eine kaputte Zweierweste. Hast du einen Fernkampfscope? Ja, zwei Stück. Wenn du mir einen Close gibt, dann geb ich den vier ab. Äh... Ich könnte dir nur einen Zweier geben. Ich hab... Warte mal, komm kurz hier rein. Ich hab auch noch einen AR-Kompensator hier. Ich hab die haben 16, deswegen... Ich hätte nur einen Zweier, sonst hab ich nix. Welche? Welche? Ja doch, das reicht perfekt. Das ist perfekt. Das perfekte Close Combat. Und wo ist das... Fanghamscope? Ah, hier. Hier, hier. Welche? Einfach so... Ja, scammast. Wow, klaut er mir auch noch meine Dingens hier, ey. Was? Ich hab ne SKS, ich brauch dat. Ich mein, SKS ist jetzt voll gemodet. Voll. Ich will mich ja voll boosten, aber ich hab nur einen Boost. Ich auch nur, ja. Und ich hab fünf First Aid, aber... Ja, ich hab drei. Äh, brauchst du noch einen external Quickdoor für deine Sniper? Ne, ist voll gemodet. Okay. Spitzen-Quali, meine SKS. Hat er alle dran. Kompli. Überbackenes Gyros. Boah, Timpelton, Alter. Da muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal die Tage holen. Danke dafür. Richtig gut, Timpelton. Überbacken des Gyros. Ja, man. Mit Taksa. Okay, gut. Es gibt für alles einen Fetisch. Apropos Fetisch. Gestahl-Wolfi. Nachdem du gesagt hast, guck nicht, was ich über deinen Link gekauft hab, hab ich mal geguckt, was bei meinen Bestellungen seltsam aussieht. Und ich muss... Ich glaub ich weiß. Ich glaub ich weiß. Ich find die neue Map auch ultra nice. Wie findest du die neue Map? Ja, ich find die sehr gut. Ja. Ich mag sie. Außer wenn ich keinen Scope habe. Ja. Dann töd ich mich auch mal selber. Nichts ist schlimmer als über die Felder zu rennen, beschossen zu werden. Du weißt, wie die Gegner sind, aber kannst halt nix machen. Wah, da sind zwei... Da sind zwei Spieler. Hier. Da. An diesem Ding ist da vorne. Dreierhelm einer. Einer hat nen Hitshot. Ey. Also ich würd mal sagen, sein Einerhelm ist weg. Alter, die SKs macht nicht mal One-Hit auf nen Einerhelm. Seit wann dat denn nicht? Dach auf nen Einerhit macht die. Ey, komm ruhig. Knock, 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 knock. Ja, ich auch. Ich komm in dieses Ernst als Zeichen der Dankbarkeit der gesamten Bruderschaft. Gondir, Bruder. Zermine ist Kosta-Tuber back in Asjaros Bay und Sovio. Ist wieder hoch. Oh, die fahren weg. Wieder knockt. Ja! Meine Nails haben sie! Nein, nein, ich hab den eigentlich... Achso, du hast den... Nein, du Arsch! Ich hab mich voll gefreut. Tut mir leid, dass ich dir da... Oh Mann, hier ist noch ein Shally AR. Ich wechsle auf jeden Fall mal auf die Scar. Wow, wow, ey. Top 10 Anime Betrayals. Aber ich muss sagen, die neue Map hat mir irgendwie die Angst genommen, auf offenen Feldern rumzulaufen. Das fühlt sich jetzt mittlerweile schon so normal an. Vor allem hier ist es für Deckung auf einmal, ne? Wenn man die Desert Map spielt. Ja. Aber hier ist alles so glatt, weißt du? Hier ist ja nicht mal Hügel. Ja, das ist das Problem. Bei der Desert Map kannst du dich an sehr vielen Stellen einfach hinlegen und du bist out of vision. Mhm. Was halt hier nicht so der Fall ist. Außer hier oben im Nordwesten, da bei Zaki rum. Da die Felder. Die sind nice. Das sind so Desert Felder. Da macht Kämpfen echt Spaß. Äh, Sonntag. Ja, die sind Sonntag. Nicht mal Samstag oder Freitag. Ich hätte die Boys Night lieber Freitag oder Samstag. Aber irgendwie der Quantum kann Freitag nicht. Und irgendwie Samstag hat er seinen Sellout Tag. Und deswegen kann er das irgendwie nur Sonntag. Ich finde das leider auch blöd mit Sonntag. Aber das muss ich machen, wenn die anderen halt alle nur können. So, ich hätte schon mehr Bock das an einem Freitag oder Samstag zu machen. Aber was soll's. Jetzt Samstag wäre ja eh nicht gegangen. Morgen ist ja Ball. Also generell. Ich hoffe, dass man auch mal einen Freitag oder Samstag kriegt dafür. Und nicht immer nur Sonntage. Ja, Camping fängt halt da an. Würde ich sagen, wenn du dich halt in deinem Haus nicht mehr verlässt. Oder deine Position die ganze Zeit einnimmst. Für fünf Kreise. Also, Camping ist halt einfach Camping so. Manchmal hast du einfach so die ultrakrasse Position für einen Circle. Und dann bleibst du halt da. Das ist halt einfach dein Camping. Das ist halt einfach so. Auch wir Campen halt ultra viel. Jetzt Campen wir zum Beispiel halt auch. Weil die ganze Zeit hier an dem einen Punkt hier nur sind. Und alles up-aimt. Das ist theoretisch auch schon Camping. Ja, aber wenn Camping schon bei fünf Sekunden anfängt, Alter, kannst du ja gar nichts mehr machen. Sondern... Ja, aber ganz ehrlich. Wir werden jetzt die ganze Zeit hier warten. Okay. Wenn jetzt der Circle bei uns gewesen wäre, hätten wir uns nicht bewegt. Ja, ja. Klar. Ich finde das überhaupt gar nicht schlimm zu sagen. So, jetzt kämpfen wir hier ein bisschen. Warum? Wenn die Position gut ist. Warum soll ich da auch nicht? Ja. Ja. Und einer hat nur halt gefragt, ab wann Campen für mich anfängt. Achso. Und das ist halt so... In der Theorie kämpft eigentlich fast jeder, ob du jetzt in einem Haus campst oder halt irgendwie an einem Stein campst oder so. Keine Ahnung, wie dafür die Definition ist, ja. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Haus bin und ich höre Steps, dann bleibe ich da. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich so nicht weiß, dass einer in der Nähe ist und einfach nur da wartet, dann ist das für mich Campen. Aber wenn du irgendwie im Haus bist und du weißt, da sind Leute... Äh, da sind übrigens Spieler... Äh... 5 Grad. Am Stein da lang gelaufen. Aber ist ja auch scheißegal. Ja, ich seh den. Er hat einen Dreierhelm. Einen Zweierhelm. Ah, fuck. Ich könnte ran pushen. Ich weiß nur nicht, wann die gucken. Wenn die mich sehen, bin ich natürlich am Arsch. Weil da ist jetzt gleich auch wieder kein Cover. Nockt. Okay, nice. Ich renne hin. Dreierhelm lebt noch. Ich laufe ich gerade zu, ja, ne? Ja. Wo das war. Genau voraus am Hangi, äh, Steine. Der holt sein Mate wieder. Wo waren die Steine? Da. Einer ist wieder. Der ist tot. Hinter uns den Auto. Wir fahren weiter. Man kann Campen halt, sag ich mal, sehr viel definieren. So, Campen ist nicht halt gleich Campen. Mhm. So, wie wir das halt, sag ich mal, sehen. Ach, mir ist das auch Latz. Das würde mich auch nicht stören, wenn einer in meinen Stream kommt und sagt, du Camper, weil ich spiele halt einfach taktisch, wenn das eine gute Position ist. Dann bleibe ich halt da. Dann bleibe ich halt da. Ist mir doch egal, wenn einen das nervt. Ja. Oder halt. Oder halt. Einen anderen Stream gucken, wo. Oh, ich habe die beste Position. Ich laufe aber mal unten an der Straße lang. Ich habe nämlich Angst, dass einer reinkommt und mich Camper nennt. Ach, Pfanne. Jau, ey. Pfanne wäre mal ganz gut hier. Wenn ich den Chat nicht hätte. Uff. Ach, nö. Ey, weißt du? Überall Deckung. Ja, ja. Und die einzige Stelle. Dieses fucking Haus in der Mitte. Also wer in diesem Haus am Anfang der Runde gecampt hat, ne? Ja, genau. Wenn man da jetzt von Anfang an war, dann ist es auf jeden Fall Campen dann. Das kann man. Ey, der hat auf jeden Fall jetzt eine ultimative Premium-Pose. Ich finde sie. Ich finde sie. Ich finde sie. Ich finde sie. Ja, aber macht ihr wirklich? Ich dachte, die haben das nur auf den Torso erhöht, den Schaden. Ne, ne. Die haben komplett Damage-Overall angepasst. Echt? Und haben den Torso-Damage nochmal spezifisch angepasst. Ja, dann lohnt ihr sich jetzt. Richtig. Direkt vor uns. Loll. Ja, nice. Loll. 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 Aimbot. Cheater. Vc. Ja, ich habe dir auch geholfen natürlich. Ich habe dir auch geholfen. Nice, dass du nicht da gegangen bist, war aber schon gut. Die ärgern sich bestimmt gerade. Ich puste mich mal hoch. Ist das gut hier, dass ich das hier mache? Ich weiß es nicht. Oh Gott, die müssen sich voll ärgern. Oh, ey. Ich habe den einfach so aus... Ach, das ist ein Erscher. Die kann weg. Oh. Von oben. 255. Warte, die sind leicht nach links rum gemoved. Hier bei mir lang? Ich will gerade nach hinten gehen. Auf 240 nach links weg gemoved. Hm. Ja, gut. Die sind schon eher in der Zone als wir, ne? Dann laufen die nach unten. Hat ein Hit. Noch ein Hit. Wurde gekillt. Ich zirkele nach. Oh, die ballern mit den anderen rum? Okay. Ja, ich zirkele jetzt da rum. Ich komme von oben. Ich weiß nicht genau wo, aber ich meine, ob es hier vor mir gewesen sein. Von den Zaunzonen. Ja, genau. So fast zwischen uns beiden. Ja. Aber noch ein bisschen weiter vorne. Ich sehe einen. Knocked. Warte, ich höre die. Ah, da. Hat ein paar Hits. Schön. Das war nicht der auf mich, ne? Nur gefinished, nur gefinished, nur gefinished. Tot. Sehr schön. Oh, la, la. Gebt mir nichts. Nades, Nades, Nades. Ah, der hat nur eine Nate. Oh, ne, ne. Ey, jetzt bin ich ernsthaft. Krieg ich für Nades so scheiß Zongenschaden hier. Okay. 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 Auf jeden Fall wäre ich schon ein Compound drin, ne? Da lag einer am Boden. Da war die Leiche. Naja, da ist ein Auto, ne? Mhm. Oh, shit. Der ist da sogar noch drin, der Arsch. Warte, ich... Wo? Ganz weit im Westen. An so einem Baum. Ah, äh, Fuckboy. Hat sich vor der Fuckboy hingelegt. Okay, pass auf, das hätte ich im Westen nicht killt. In der Fuckboy wieder drin, ne? Ja. Am Stein, an der Fuckboy. Da kriecht einer. Hat nen Hit. Keine Vision auf ihn. Der ist hinter diesem... Ich konnte den einmal hitten. Nur nur einmal. Oh, scheiße. Links vorne Fuckboy, der Stein ist das. Fuckboy, guck. Du musst den Headshot haben. Hab ihn knocked. Schön. Hab ihn knocked. Und dann noch der am Stein, der da war. Oder war das der am Baum? Wahrscheinlich sein Nate. Wahrscheinlich, aber ist nicht safe. Wow, wow, wow. Der am Stein schießt ab dich. Ja, Stein. Boah, wieder wegleck, ne? Hat nen SKS Hit. Tot. Sehr schön. Oh, scheiße. Und jetzt? Die letzten beiden wahrscheinlich an den... Ja, ich boost mich mal hoch an alles. Willst du den Stein? Oder sollst du den Stein gehen? Ja, ich bin hinten an so'n Baum. Achso, okay. Da war dann... Ja, im Haus drin, ne? Naja, ich seh den Schuss. Okay, die sind nicht mehr ganz drin. Die müssten da gleich rauskommen. Die wirfen Smokes? Wie da im Haus, wo du reingeschossen hast, so hab ich gerade was gesehen. Den Schuss haben müssen. Eigentlich. Puh, ich könnte halt einmal ganz rumflenken, aber... Ich weiß nicht... Wenn ich krabbel, weiß ich nicht, ob der mich sieht durch das Fenster. Sonst könnte ich versuchen, da hin zu krabbeln. Ich krabbel dich. Ich wär hier in so'n Busch drehen. Ich krieg leider kein Hardcover hier mehr. Müsste ich schon gleich an den Dingens gehen. Die sind nicht mehr ganz drin gleich. Die müssten schon vor. Ja, ständig da in die Ecke rein, aber dann sind sie tot. Ja, nicht, dass hier irgendwo noch einer auf dem Feld liegt oder so, ne? Die haben wir eingesehen. Ja, stimmt. Hab ich da heute fliegen sehen? Nee. Der hat die Fuckboy abgesmogged. Ich hätte zumal wollte, dass sein Mate da durchkommt, aber... Ich hab da ein bisschen Zeit gut gemacht, dass der da nicht auf dem Feld erst kommt. Hm. Rechte Seite. Beide. Einer knockt. Der andere müsste in der Zone sterben. Bäm. Oh man. Nice. Das war eine schöne Runde. Ja. Wie viele Kills hast du? Äh, neun. Ah, nice. Ja, ich hab zehn. Sexy. 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 Boah. Ja, sehr halte ich da einfach drauf auf die Ecke, ey. Hallo? Voll gemordete Scar. Da triffst du ja alles.